Sieg! Sieg! Manchmal ein bisschen ernst, dass hier wirklich alles dazu gewusst nochmal nach irgendwelchen Überbleibzellen. Mein gehört natürlich dazu. Eigentlich wenn er denkt so, er kann nix mehr machen. Vor allem, wenn du jetzt noch nicht so was hast wie so'n Gyrocopter oder so, mit dem du die Karte erkunden kannst, umso lahmarschiger geht's natürlich irgendwie voran. Aber nun gut. Wir kriegen das hin. Das ist das letzte ist, was ich tue. Ein tapferer Soldat schlägt gegen ein Haus. Das Haus brennt. Das Haus brennt. Es brennt alles nieder. Lass es hier schon. Ihr habt nix zu tun? Da habt ihr was zu tun. So, bitte einmal da hinten hin. Ihr bitte auch mit. Nieder mit dem Haus. Das Haus ist böse. Es wurde vom Grünhäuten besudelt. Wer weiß, was die da getrieben haben. Ich will's gar nicht wissen. Ich will's gar nicht wissen. Sehr schön. Das ist vielleicht schon das letzte. Und Sieg! 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 Nein. Doch. Geht uns! Abspeichern! Ja! Rang Infanterist! Ein glorreicher Sieg! Für... Weiter! Zweiter Akt. Kasmodan! Obwohl die Horde von der Küste Lordaeron vertrieben worden ist, haben ihre Soldaten die Ortschaften Hillsbred und South Shore bis auf die Grundmauern verwüstet. Nach ihren eindrucksvollen Siegen über die Horde entsendet das hohe Kommando nun sie und ihre Truppen zum hauptsächlichen Kriegsschauplatz. Die Streitkräfte von Stromgard und Kul Terras sind entlang der Nordgrenze von Kosmodan stationiert, um den Vormarsch der Orks ins südliche Lordaeron aufzuhalten. Ein orkischer Vorposten hat sich bei den Ruinen der antiken Zwergenstadt Dunmordr eingenistet und wiederholt den Truppen der Allianz erbitterten Widerstand geleistet. Sie müssen die Burg auf der nahegelegenen Insel bei Tolbarath zurückerobern und dann den Vorposten attackieren. Hey, Tolbarath wieder einnehmen und Dunmordre zerstören. Das kann ich. Ach hey. Das hier ist gleich der Vorposten, ja? Okay. Und wir haben einen Gyrocopter, hey! Okay. Dann düsen wir da mal rüber. Und dann mal gucken was da aus wird. Das wird schon. Den Bauer hole ich glaube ich als letztes. Wobei ich könnte ihn theoretisch hier mit reinsetzen. Das wird schon irgendwie. Wir müssen ja nur hier irgendwie rüberkommen. Nicht auf die falsche Insel setzen. Da greifen sie an. Da greifen sie an. Da mal rein. Wird sein nicht, das geht nicht. Doch. Ja, das wollte ich ja. Das ist das, was man gerne hört. Wir werden eingegriffen. So. Ja. Ja. Ja, Milord. Haben wir hier rein. Ja, Milord. Ja. 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 Hallo. Hallo, 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 hallo. Ja. Nicht alle auf einmal. Ja, Milord. Wie sie wünscht. Oh, das Rathaus steht auch noch. Sehr schön. Das heißt, wir sind eigentlich gut dabei. Ja. Ja. Das gehört jetzt alles uns, ja? Dann bau erstmal einen Bauarbeiter hier. Okay. Bau erstmal Hohenhöfe. Ist mir doch egal. Kann ich euch denn jetzt auch benutzen? Ja. Kann ich. Okay. Da ist mal sowas hier. Totale Verschwendung. Totale Verschwendung. Milord. Bauhaus. Hier. Alles klar. Was können wir denn noch inzwischen bauen? Wir können jetzt die Schmiede bauen. Wir können die Kaserne sowieso. Okay. Reicht das schon aufwerten? Nein, kann ich nicht. Gut. Dann gehst du auf jeden Fall erstmal ins Gold. Alles klar. Und dann gucken wir uns gleich mit dem Gyrocopter hier so ein bisschen um. Was? Achso. Weil keine Nahrung. Okay. Ähm. Gut. Das wird schon. Hoffe ich. Wir können uns hier auch nochmal umgucken wo denn hier eine Ölquelle ist. Wäre natürlich super. Da wäre eine. Die werden wir auch gleich einnehmen. Das heißt wir müssen einen Hafen bauen. Was soll das? Komplexes Hafengebäude. So. Gehen wir da hin. Du baust einen Turm. Geht nicht. Weil hier. Du baust Turm. Nein. Du Turm. Nein. Achso jetzt habe ich zu wenig Holz. Ah. Wie man es macht ist verkehrt ne. Sofort. Eine Stunde später. Bauern, Bauarbeiter ihr. Sowas geht ja inzwischen. Zwar auch nicht mehr viel. Aber zumindest etwas. Kannst du jetzt mal halten? Nein. Kannst du immer noch nicht. Ähm. Hallo. Du ab ins Holz. Kaserne haben wir derzeit nicht. Das heißt wir müssen noch eine Kaserne bauen. Das heißt dafür müssen wir auch nochmal Holz ausgeben. Das ist doch nicht wahr. Aber erstmal das hier. Zu diensten. Zu diensten. Dann gehst du erstmal ins Holz. Die nächsten die wir bauen gehen alle erstmal in. Okay wir bauen dann mal ein Haus. Das heißt wir müssen sowieso erstmal Holz haben. Dann würde ich hier gerne theoretisch irgendwo nochmal ein Turm richten und sowas. Und erstmal mit dem Googlecopter überhaupt sehen. Wo bin ich eigentlich? Und wer ist eigentlich Pau? Wo muss ich eigentlich hin? Also hier ist erstmal alles safe. Da kommt jetzt nichts. Außer da kommt jetzt was mit der Fähre angeflogen. Ähm. Du gehst bitte so lange mal ein Haus bauen. Warum auch nicht? Was haben wir hier denn noch so? Nix, nix. Nada, nente. Nix, nix. Nada, nente. Nente. Äh. Nix. Gefällt mir nicht. Gut. Da hätten wir nochmal 20.000 Gold. Wie viel Gold haben wir hier denn? 80.000 war das ne? Also jetzt nicht unbedingt eine Gold, die ich jetzt so dringend brauche. Ich mein. Im Fall eines Falles wäre es okay. Was sagt der denn eigentlich? Hallo? Hallo du da. Hallo du da. Will nicht fliegen. Will nicht fliegen. Hörst du überhaupt zu? Nö. Ich fliege. Toll. Tschüss. Hallo du da. Okay. Gut. Ein ganz netter Zwerg. Muss man doch sagen. Ein ganz netter Zwerg. So. Dann mal gucken. Mal Lucky Lucky machen hier. Lucky Lucky machen da. Mal horchen. Wo ist denn der Gegner? Bisher sehe ich davon nix. Bisher sehe ich davon nix. Auch erstmal Gold. Einen baue ich noch der noch ins Gold geht. Und dann. Mal gucken. Dann kann hier einer von euch hier gleich eine Kaserne errichten. Bzw. Jetzt kann auch der Arbeitermann der jetzt hier rauskommt. Ähm. Bau. Kaserne. Da. Warum auch nicht? So. Ja genau. Warum auch nicht? Zu diesem. Aha. Da ist ein Zeppelin. Ein Led Zeppelin. Okay. Wird da irgendwo hier in der Erke sein. War zu erwarten. Ähm. Werde ich angegriffen? Das klang gerade so. Aber nö. Okay. Dann. Was soll das? Du gehst wie gesagt ins Gold sowieso. Der hier ist noch nicht fertig. Hier haben wir eine Goldmine mit. Joa. 17.000 Volt. Okay. Nicht so prickelnd. Aber im Notfall ist es besser als nichts. So. Oh Gott. Und Türme. Türme. Also hier wohnt er. Er hat mich getötet. Das war's. Bin tot. So. Wir können ausbauen zur Burg. Machen wir auch auf jeden Fall. Dann machen wir hier. Ein. Tanker. Du baust ein Haus. Äh. Haus. So. Alles klar. Alles klar. Okay. Also macht tatsächlich hier. Einfach nur Bullshit. Das ist okay. Alles klar. Das heißt. Du da gehst schon mal auf eine Fähre. Nur um sicher zu gehen für die Zukunft. Für die Zukunft. So machen wir. Okay machen wir nicht. Machen wir. Das geht. Dann können wir doch jetzt theoretisch auch weitere Gebäude bauen oder? Eine Erfinderwerkstatt für die Dinger da. Für die Gyrocopter. Sonst aber nix. Also wir haben keinen Ausgleich für die Oga. Wir haben höchstens die Ballistas. Oh die Ballisten. Wir machen aber auf jeden Fall eine Erfinderwerkstatt bei Gelegenheit. Nur erstmal das Holz dafür haben. Ja. Ist aber was ganz Neues. So. Ja. 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 Boah. So. Wenn die hier fleißig abholzen. Ich habe keine Ahnung. Also theoretisch brauche ich ja wirklich die Ausbauten. Auf jeden Fall. Wir brauchen hier einen Turm. Weil die ständig von der Ecke hier kommen. Das heißt ihr geht da mal bitte weg. Du baust einen Turm. Ruhig mal so in der Ecke hin. Dann kommt auch keiner dran vorbei. In der Theorie, in der Praxis werden sie hier rumlaufen und hier herkommen oder sowas. Ich sehe das schon kommen. So. Hier drüben ist einer gelandet. Mach hier mal ein Rathaus. Mach ein Rathaus. Ich frage das nur wohin. Geht tatsächlich vom Platz her nicht. Oder was. Dann machst du halt ein normales Segelwerk. Ist ja was ganz Neues. So. Uh. Kanonentürme. Jetzt schon? Ist ja. Wow. Wow. Ja. Also wirklich. Das ist. Wow. Damit hätte ich ja nicht schon gerechnet. Okay. Stell sowas mal da hinten hin. Dann hat das da vielleicht auch Chance irgendwas zu treffen. Was soll das? So. Und du gehst. Bitte immer ins Gold. So. Haben wir jetzt fünf am Holz fällern. Also. Im Moment vier. Aber halt gleich hier. Fünf. Alles klar. Alles klar. Das finde ich schön. Muss man ja doch sagen. So. Dann. Hier nochmal aufwerten. Da nochmal aufwerten. Da nochmal aufwerten. Da haben wir das dann soweit erstellt. Das heißt. Alles weitere was wir haben. Geht dann wahrscheinlich halt. So langsam in die Offensive. Das ganzen. Zeug hier. Beziehungsweise. Wir machen hier ja noch eine Erfinderwerkstatt. Damit ich mir einen Gokopter bauen kann. Damit ich ja auch. Ja. Wirklich. Alles. Erkunden kann. Und so. Ist ja auch immer so eine Sache. Weil ich will jetzt natürlich nicht mit den. Mit der Infanterie jetzt in irgendwelche. Spaßigen Katapulte reinrennen. Da verstehe ich ja dann doch irgendwie Spaß auf einer anderen Ebene. Ne. Ah nun gut. Das wird schon. Das ist jetzt quasi erforscht. Du bist fertig. Gyrocopter. Ja. Ganz tolles Geräusch. Was sagt denn die Balliste? Nix. Okay. Das ist gut. Wenn es nix sagt. Das ist auch immer gut. Ich kann fliegen. Yay. Toll. Er kann fliegen. Ich auch. Also manchmal. So aus dem Internet. Und so. Gerade wenn Kabel Deutschland mal wieder sagt. Ah. Wir haben Probleme. Dann fliege ich gut aus dem Internet. Aha. Wahrscheinlich ist hier dann wieder irgendwo eine Ölquelle in der Nähe. Seicht doch. Ja. Ja.